oh das war okay wir müssen auf jeden fall erstmal wieder hoch müsste eigentlich der pistol jeder geht es nicht lang müsste eigentlich pistol piet sein bin ich jetzt zumindest der meinung kommt problem ist halt ich sehe halt die gegner sehr sehr spät ist schon sehr sehr häufig meinen todesurteil ich bin gerade am überlegen ob ich nicht vielleicht die dinge nicht nehmen soll ja halt die haubitze nicht nehmen soll sondern da einfach nur warte und die ganzen gefolgsleute auch nur mit der dingens killen soll mit der waffe aber die haubitze nimmt schon arbeit ab wenn man sich so überlegt wenn da jetzt vier leute stehen sind schon irgendwie ach so das war nur ein zusatzgebiet super na komm wieso lassen sich schon mehr so viel zeit also noch welche jetzt geht da finde ich ein bisschen besser da ist da keine der panzer muss bloß kaputt gehen er sagt er soll kaputt dargestellt seiner hier hat man noch mal ein bisschen monni ok ok dann geh wir mal weiter aber musste klopfe ich noch größer Ne, sah eben aus wie ein Tarnetz da hinten Also bei war bloß so eine olle scheiß Wusch-Textur Alter Ja genau, stirb halt nicht, du Wichser, Mann Alter, stirb nicht Ja, ist klar, stirb halt nicht Begleiten sie Harrison zu Pistolpid Ach so, ist der Typ, der bei mir die ganze Zeit hinterher rennt Ich würde ganz gerne mal hier die ganzen Flaschen einsammeln Dass ich jedes Mal wieder ein ordentliches volles Leben habe, ohne Scheiß Das Spiel nervt Also den Spielern sich nicht, einfach nur die Gegner Weil die so viel aushalten Alter Wenn man sich das jetzt Mal auf schwer vorstellt Wenn man da wirklich schwer Schwer spielt und die Gegner da eventuell noch mehr aushalten Ja, boah, leckt mich doch am Arsch Das wird ja gar nicht gehen Ja, guck mal Die halten ja jetzt schon drei Schüsse aus, mindestens Warum? Keine Ahnung Ich glaube, sie sind Iron Man Ja, das MG Ja, denn Aha Gut, und hier hat man eigentlich auch ein Fadenkreuz Bisschen ran basteln können Sehr einfache zu handeln gewesen Waren das alle? Sieht so nah aus Ja gut, ich schieße auch viel vorbei, klar Aber wenn denn mal Schüsse treffen, dann sind aber auch trotzdem zwei, drei Treppe Das war hier Und hier hinten All die Händen lag da noch eine Feldflasche Irgendwo, oder? Nee Ah, Medica Aber da hier lag noch irgendwo Feldflaschen Nee, das war dann wohl der Baumstammer Oder habe ich die aufgesammelt? Ich weiß es nicht Kann auch sein, dass ich die aufgesammelt habe Aber Wurde ich getroffen vorhin? Dann muss ich auch vorhin getroffen worden sein Oh, scheiße Das war ein bisschen Das war ein bisschen blöd Dass man auch gedrückt halt muss Wie weit die Dinge Wie weit man die Dinge inswerfen muss Man sieht die Scheißjapsen aber auch nicht, ne? Ehrlich gesagt Ja, Frontline ist glaube ich besser Habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt Wo sind sie denn? Nö, es ist meine Aha In ihren Scheiß Pimperlöchern sind sie schon wieder drin Hier in Rattenlöchern Scheiß Nein Bam, 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 bam Erstmal zugetaget hier mit sieben Schuss Au, au, au Das war ein Headshot Man hat geklingelt bei dem im Kopf Bis zum geht nicht mehr Jetzt hänge ich auch noch in so'n scheiß Marnloch drin Ach ne, Marnloch war, äh, äh, Gs of Warf Falsches Spiel Komm her Zugetackert hier Peng, 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 peng Luftdrucktacker Genau, Luftdrucktacker Komm, lad nach Okay, oder auch nicht Wird der AB-Taggert hier Wie, du tackgert es noch nicht Äh, du stirbst noch nicht Komm her, du sauch Und scheiß, wieso, wie kann man So tausend Jahre In so'n einverkackten, drecksschwulen Hurenloch Sitzen und warten, bis der Gegner kommt Ist ja auch schon hier unvorstellbar Da ist neuer Der lebt immer noch Gut, 20 Minuten, passt Wenn, wenn ich jetzt im Wasser gestorben werde Mein Gott, ey, der Rückstoß, ne Ich werde noch da jetzt mal ein verdammte Scheiße Mein Gott Komm, bisschen weiter nach links Alter, sterb Musik, ja hier Ich glaub, hier muss ich weiter Aber warum muss ich erst im Endeffekt Und finden, warum kann ich nicht einfach mal eine Waffe auf Vom Boden aufheben und fällig Naja Ist halt veraltete Technik, ne Gut, Toms Money immerhin Die Japaner haben ihr Geschütz auf dem Bergrücken über dem Höhlensystem postiert Es gibt einen Felsspalt, der in die Höhlen führt Vielleicht ist er unbewacht Folgen Sie mir Ja, hier Natürlich hier weiter oder nicht Aber wetten, der muss Ja, nö Ich hätte jetzt gesagt, dass der hier irgendwas Auftriggern muss Aber es scheint nicht so Oder Der hat wirklich gerade eben was getriggert Und man hat es bloß nicht mehr gekriegt, gesehen Wie auch immer So, auf jeden Fall geht die Mission schon mal bedeutend besser von der Hand Es war ein paar Mal gestorben, aber egal Darüber kann man hinweg schauen Aber ich habe wenigstens Produktivität hier drin in den 20 Minuten, wo es jetzt schon ist Das können wir auch einfach so machen und völlig Ja, verreckt mir doch Ja, genau behindert der Spacko von mir Denn der TKI rennt mir genau in den Schussfeld rein Geht doch So Ein Speicherpunkt Was ist denn hier ein Speicherpunkt Warum ist da ein Speicherpunkt? Fragen über Fragen Natürlich Datenüberschreiben und Speichern Ohne Daten Ja Hm So viel kann auf jeden Fall nicht mehr sein Denke ich mal Hoffe ich mal Wollen Sie sie sprengen? Nur zu Ich dachte das Ding sprengen? Jo Los jetzt Griffin, wir müssen hier weg Ja doch Wenn du mir sagst, wo ich das Ding anpacken soll Gute Frage, keine Ahnung Achso, okay Bam Das war so offensichtlich, ne? Auch wenn man das spielt nicht kann Das war echt so offensichtlich, dass das da rausgeht Kommt dann nach Achso, jetzt müssen wir noch Moment mal Ach, es sind 3A Es sind 3A-Geschütze So Das war ein Headshot mit Bayerode Scheiß Man hat schon geklingelt im Schädel Da kommt Na ja gut bei den Oh oh Meine Thompson, Moni geht langsam leer Das fände ich unsexy Mein Gott, ey Hat man mal eine schöne Waffe Gott Oh Okay Wollt sagen Wollt mich schon beschweren Da ist nix Ich glaube, das wird hier Ich glaube, das wird eng hier Oder auch nicht Oh scheiße Medikit wäre ganz geil Ja, tot Scheiße Ich habe eigentlich so eine Erinnerung gehabt Dass man Dass die Hängebrücke da kaputt geht Wollen Sie sie los jetzt, Griffin? Wir müssen hier rennen Na ja Kabusch So spart man, Moni Leute Oh Klingelt doch schon wieder bei dem Kopf, Mann Das war ein Headshot, Mann Mein Fadenkreuz war genau auf dem Kopf Und der lebt immer noch Aber das ist geil gemacht Wenn man den im Fuß schießt Dass die dann so umherhüpfen Beide fallen um Perfekt Und eine Feldflasche aufgehoben Der sagt auch erstmal schon mal goodbye Oder adios Oder wie auch immer Kann er sich aussuchen Und was für eine Sprache M1 Zack Wenn das kein Herzschuss war Aber ich werde mal von Okay Der hat aber Die Waffen hier haben aber wirklichen komischen Dingens Ja, was heißt es? Spray Komische Kugelführung Bei mir ist So als wenn Wenn man Beim ersten Mal Die Waffe abschießt Dass Durch den Rückstoß Wird die Waffe hier nach oben geschleudert Und Dass Dadurch auch der Schuss nach oben geht Irgendwie Aber Hm Und gut Thompson, Moni auf jeden Fall Wieder auf Scheiße Hätte ich gar nicht einsammeln dürfen Scheiße Egal Da haben wir noch eine Feldflasche Das geht auch nochmal gut klar Aber wir haben für Thomson schon mehr 200 Schuss Oh Warum der dann noch rangehen konnte Ich habe Keine Ahnung Aber das ist immer geil, dass die Okay, die Tür ist zu Ähm Das ist aber geil, dass die Leute da immer wirklich rangehen Komm, Feuerschutz Ja, genau Voll übertrieben Ohne Scheiß Voll übertrieben Wirf da erstmal was weiß ich war rein Nein Ich habe keinen Bock zu verrecken Komm, komm, komm Ich brauche jetzt erstmal ne Ich könnte natürlich auch zurückgehen jetzt Aber nee War hier kein Speicherpunkt Warum das Ich glaube nicht, dass die von hier kommen Okay Alter, ist der geflogen Warum stirb Drecksau Stirb Japan, Japan Was hat die ersten gereist, ne Nee Japan Oder er war nie reist Fresse, die Chinas Ach nee Die, die, die Äh, man Na Man sagt ja nicht Reisfresse, äh Die Reisgenießer Sagen wir mal so Ey, der hat schon Ja, was weiß ich Wie viel geschluckt, ne Das hat auch schon Wie ein paar Mal In den Kopf geklingelt Man hört Man hört Die Hits ja Aha Das sitzt Zwei hier hinter Okay Gut zu wissen Ja Ich bin Ich bin Vielen Dank.